Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit Broker Finmax und meinem Kleinkonto. Ich habe mit 1021 Euro angefangen. Inzwischen bin ich bei 1598,03 Euro. Das entspricht einem Gewinn von 577,03 Euro. Heute folgt Tag 8. Hier sind meine Einstiegsstufen. Ich beginne mit 20 Euro, dann 50 und so weiter. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten. Zuvor schaue ich mir wie immer die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben sehr wichtige News. Neuseeländisch Dollar, US Dollar und britisch Pfund. In 41 Minuten sind wichtige US-Dollar Nachrichten. Zunächst schaue ich mir einen Trade, suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien. Out US Dollar steige ich mit 20 Euro ein. Und gleich nochmal, da er noch ein bisschen sinkt. Nun sollte der Kurs in den nächsten Sekunden steigen. Aktuell sind beide Trades im Gewinn. 4 Pips sind Gewinn. Ich nutze sieben Indikatoren. Ich nutze sieben Indikatoren. Sieht gut aus. Beide Trades sind Gewinn. Das heißt, wir haben heute 52,50 Euro gewonnen. Wer sich für meine Strategie interessiert, kann sich noch bis 31.12. einen satten Rabatt gönnen. Ratenzahlung ist auch möglich, ohne Aufpreis bis 31.12. Also es gibt keine Ausrede, das kann sich jeder leisten. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.